Hallo, ich bin der Max von dem Kanal Let's Mario. Ich zeige euch jetzt einen kleinen Einblick, was man auf meinem Kanal so finden kann. Okay, und damit geht es los. So, jetzt mal Geld haben und das hier, den Pilztauch. Nein, der Huni! Da ist gerade ein Experiment im Gange. Vivian hat jedenfalls ein ganz ernstes Gesicht gemacht. Äh, was so? Ah, ja. Oh, voll den Sack! No! Oh ja, ich hab's gesch... Nein! Ich hab's überlebt! Jesus! Okay. Was?